ja hier willkommen mein name ist der nero lp und ich begrüße euch zurück zur letzten bei test of the vorderly quadrical sedation in der letzten folge sind wir hier in velgaria rumgeschlichen und haben unsere verbindeten getroffen es war einmal china und cellos und dann presse und regal und dann ja hier dieser blutfleck oder was auch immer sein soll können wir untersuchen und dann kommt da irgendwie so ein monster die 20.000 api hat voll billig ist ich hoffe das ist immer noch später da weil ich würde erst mal gerne unsere beiden halbelfen freunde hier finden müssen ja auch irgendwie sein da wird aber hoffentlich danach immer noch da sein ja wenn er uns immer weiter im finale und kann ich auch untersuchen ok dann wartet hier wahrscheinlich auch irgendwie dafür bekämpfen müssen gut zu wissen ja noch rechts irgendwie so ein gebiet wort war untersuchen können glaube ich weiß sind ja da sind aber noch rumgekommen und ja ich sage ich werde aber hoffentlich nicht direkt vorangetrieben ich also ich muss wahrscheinlich denken hin wenn ich falsch war voll verdutzt geguckt sondern nach rechts eben ja habe schon da wird meine orientierung ist nicht so gut wir sind von ihr bekommen ja da bin ich ganz sicher na wo ist dann wo seid ihr beiden da da sind sie doch das ist auf jeden fall rain mich beide auf einmal hi rain na wachina ma bursi da tomu noch korea da kara half elf war olo kana to you Das war's für heute. Ich weiß nicht, was ich. Das ist das, was ich. Das ist das, was ich. Geh nicht, aus dieser Welt. Geh nicht. 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 Ich habe ihn. Geh nicht. Geh nicht. Es führt an mich zu sein. Teinhalb? Das ist das. Geh nicht. Aber, ... Es hat nicht died. Nein. Nicht nur ein. Du bist nicht schlecht. Du bist schlecht. Nein! Nein. Die Helf-Elufe ist nur auf dem Leben und verletzt werden. Wir leben und leben. Nein! Die Helf-Elufe ist schlecht! Aber wir sind... Das ist ein schlechtes Ding. Ich kann mich nicht verletzen. 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 Wir sind zwei, wir sind hier. Röid! Los geht's! Es geht's nicht, Riffel. Sie werden wieder verletzen. Sie werden als Half-Elf. Sie werden immer in der Welt verletzen. Sie werden wieder zurücklassen. Rohid hat schon stellen. Sie werden wieder in den Miotus readymmekten. Sie werden wieder check sommes. Sie werden wieder nachdem. Ich bin um Half-Elf. Ich kann mich nicht. Sie werden mich nicht verletzen. Sie, all diese Geräte nicht verstehen. Sie haben sich keine Liebe an der Welt zu tun. Das war's für mich. Was für ein Paarfe-Elf war so gut? Was für ein Paarfe-Elf? Oh. I don't know who is a strong one. I don't know who is a strong one. Two of us! Moido! Thank you for inviting me! Sorry. I've been waiting for you. I'll do it too. I'll do it too. I'll do it too. You're a friend, right? What's up to you? What's up to you? What's up to you? What's up to you? I think it's a weak feeling of my heart. I'll take it. That's why I got the two of us who beat the mystery of the dark. alles klar er sieht trupp ja wieder zusammen gut da kann ich wieder suchen okay nein na gut dann versuchen wir mal was auch immer hier auf uns wartet zu bekämpfen ich habe so eine coole idee und eben immer die auch mit was wir zu tun hatten so gerne zu bringen und dann immer leute und klett machen wir bei den anderen auch so wahrscheinlich muss ich töten vernachlässigte dann mach mal magisches auge 200.000 euro den einen habe ich ja schon letztens beinahe kaputt gauern die wir ganz kurz angeguckt haben einfach schnell kaputt gauern ich wusste wie wir raiden dabei haben als heilerin das ist sehr schön parade ok und gleich wurde besiegt der schritt aus dem schatten ins dicht wurde getan das was war verliert seine macht stimmt und ich kann dadurch schießen was parade zwei verteidigungs eingabe versteckt verteidigung um zehn prozent ok was ich okay was keine ahnung irgendwie nichts gebracht aber ich habe mich schaden daraus zu wissen da kann ich das nur dennis oder rain ausrüsten lassen und vielleicht auch sein dann hier parade keine ahnung wir sollen nicht ohne ich experimentieren wenn ich ganz ehrlich bin wenn er wohl irgendetwas gebracht hat natürlich zu töten das ist ja sowieso noch schwach gewesen wildleidenswerter mythos mythos war w we w w w w w w w Ich habe so viele Helf-Elefes genommen, aber ich habe keine Leute in meinem Leben. Ich glaube, dass ich meine Säge dazu mache. Ich habe meine Säge und Entschlöse geschehen. Und ich werde meine Säge dazu machen. Ich werde meine Säge dazu machen. Ja. Hat sich hier irgendetwas geändert, vielleicht? Ja, ich glaube, da kann man jetzt durch, ne? Mir kann ja nicht schaden, die Viecher zu töten. Wie ist das, was man mit Schiene und Dingen? Zellos. Weil, warum nicht? Ich muss ein bisschen auf die Story achten, hallo? Okay, wir sind wahrscheinlich schon verdammt nah dran am letzten Kampf. Hm, so. So, zum Duttwig. Lebe von der Angst und dem Eingutzen der Menschen. Willst du mir diesen Eingutzen darbringen? Ja. Schlafe einen dunklen, wohltuenden Schlaf in mir. Der Flüchtling. Okay. 20.000, 20.000. Ja, ich wollte voll geil ausweichen. Kollett, mach mal Judgment oder irgendwie sowas. Ja, geh mal ein bisschen auf Abstand, wäre eine gute Idee. Okay. Was zum Teufel. Magiering. Nicht vorhin, die Finster ist und du bist das neulich. Der Feigling, der ins Dunkel flog, hat alle Macht verloren. Sehr gut. So, Magiering. Bringen wir schon nicht wieder nix, ne? Magiering. Bringen wir von 10%? Ja. Wartet hier. So, dann. Der letzte war da unten mit Presseo und Regal. Da will ich auch Presseo steuern. Bei den müssen als einzigste noch voll viele Angriffe lernen. Ich habe meist Devastation, glaube ich noch nicht, äh, 20 mal eingesetzt, äh, 50 mal. Kann ich auch mal machen. Na, guck mal, ob es das bringt, aber nicht. So, den können wir ja schon. Schon bei der God ist das Leben mit Sünde belastet, wärt ihr eure Sünde stellen. Dann Sünder, stellt euch dem Gericht. Wird kurzer Partner anscheinend. Verurteilte. So, komm mal her. Ja. Aber irgendwie schon, dass wir das Tales auf der APS voll die ernsten Themen hier ansprechen. Dann geht es hier um Tales of Symphonia um Rassismus. Kann man ja nicht auch nicht mehr machen. Nein, wie kurzer sind. Schleifern ist der nächste Weg. Schleifern. Er ist diese Blut wenig, das ist sie mit dem Gericht. Aber irgendwie bourgetisch. Dann sind sie beim Gericht, das hier zu vertreten, der ist auch gar nichts. Ich bin ein Erdbeut. unten immer machen oder so ich glaube nicht okay so viel dazu und wir mal unsere tübsche koalition hier benutzen zellos und kolett immer mehr oder weniger zwei highlights na gut dann gehen wir mal diesen einweg danach noch irgendetwas kommt überhaupt das direkte netz kommt ich hoffe ja nicht aber richtig blöd irgendwann müssen wir einen punkt erreichen wo wir alle optionalen sachen machen können direkt vor dem letzten bus nehme ich mal an immer muss der punkt haben wo wir alle sachen erledigt haben damit wir die optionalen sachen hier auslösen können zum beispiel noch mal super stark optionale post oder weiß ich was es hier noch gibt weil ich glaube durchspielen sowie testen der zwei wo man durchspielen kann und dann direkt woanders hingehen kann so als art ja was das spiel durchgespielt jetzt kommst du noch mal vorm speichepunkt raus und kannst alle anderen sachen erst machen ich glaube sowas gibt es hier nicht was ist das also der jetzt einbleiben gefunden sehr schön das ist immer ein grünes abzeichen komplexen seite verwendungsunbekannt steckt angriffen zehn prozenten kommt hinter irgendwas da kann ich nicht mal noch mal irgendwie jetzt dann schon irgendwie so hat sich schon wieder hier so heftig aus hat der letzte kampf ich bin wieder hier was das emblem schweb daったよあれは dave sehmbrem あれはみんなのこって作っていた不の感情が刺激されたんだ me sei Ja, das stimmt. Ich weiß, dass er ein偏偷 ist, und er wird in der Kugel. Aber alle haben das gewonnen. Das ist für die Rolleid. Der Rolleid war nicht zu sehen. Der Eternel Sword hat eine große Kraft. Das ist sehr interessant. Ich glaube, dass er nicht nur das ist. Der Rolleid war für die Rolleid. okay was haben wir hier meine guter zieht was genauso aus in teils auf der bis zuletzt gebiet wie anscheinend gibt es noch viel zu erledigen dafür nicht gut so die ganzen boys die ganzen girls Ich habe gesagt, dass ich mich nicht mehr so auf die Mithos-Fersteil machen kann. Ich glaube, es ist schwer, aber ich kann mich nicht mehr so auf die Mithos-Fersteil. Genau, ich habe mich nicht mehr so auf die Mithos-Fersteil. Ich habe mich nicht mehr so auf die Mithos-Fersteil. Ich habe keine Zeit für uns. Genau, das ist alles gut. Ich bin mir gut. Wir gehen. Okay, wir werden die Mithos-Fersteil zurück. die letzte treppe bis zum letzten kampf oder so war zum glück noch nicht vielleicht doch beide nicht kann man jetzt okay ich will ja voll überfordert gehe ich immer weiter nach oben flexi ja sehr gut wenn er nicht scheint sich überall noch umzuschauen ich jetzt hätte ich dann sowieso nicht gemacht aber weiß auch nicht ich muss aber jetzt dann irgendwann sein bald aber doch das passiert ja und irgendwas hat schwer nachher immer so als es hat neue erinnerungen gehabt so ging hat das vor geplant war aber holi schon auf der tatsch mit einsetzen die ein also lange dauert ich habe irgendwie ein kleines problem ich habe keine ahnung ob ich die ganze zeit hier im kreis bewegen nur nach oben gehe das macht mich ein bisschen fertig bewegt sich nicht das macht dich verdächtig jetzt irgendein boss oder auch nicht okay er muss jetzt immer dringlich zu töten trotzdem sagen da muss ich doch 50 mal einsetzen es klappt immer noch der station der rot geleben oh nein ja ich schade noch ein paar angebungen zu lernen und letzten kampf na das hat mit dingen steine vergangenheit von ok ich dachte wer hier für eine teufelssache so ist die sagen doch ein bisschen anders aus immer generell stein tafeln der vergangene eigens ist gemeistert sind okay irgendwie wie so ein gegenstand nicht benutzen könnte um mir alle cut scenes noch mal anzugucken oder irgendwie so was das jetzt geld also bin ich die ganze nach oben gegangen anscheinend man das ist wenn ich oder schützt der geister okay wir haben schon 22 minuten sich gerade hier dann vielleicht wahrscheinlich damit der elfen bleibt aber dann würde ich sagen ich mache ihren schnitt und jetzt in der nächsten folge verletzt werden die kreis edition ich bedanke mich alle herzlich zuschauen sage tschüss